Wir befinden uns hier auf der B71 in Höhe der Diskothek Kaspar und hier hat einmal ein Reda aus Bremerhaven eine Menge Dammwild gezüchtet und ist ein bisschen übertrieben. Da kam so viel raus, da musste tierisch abgeschossen werden, aber es sind noch einige übergeblieben und die wechseln jetzt hier regelmäßig die Seiten. Deshalb ist da auch nur 50 erlaubt und ich stehe hier kurz hinter einem Blitzer, der das auch noch kontrolliert. Ja, ich habe die Tiere auch, jetzt die restlichen am Leben gehalten und nach dem letzten Fäuchten gleich weiter.